Ja, hey hier mein Lieben, willkommen zurück zu Let's Plays, ähm, Mother 1. Das erste Mal haben wir uns für die Melodie geholt und jetzt tun wir uns die fünfte. Nämlich in der Advent Desert, oder auch in der englischen Hälfte Luca Desert übrigens. Und die werden natürlich schon mir angegriffen. Aber ich mach das Ganze erstmal so, so, weil ich das glaube, es halt auf die Schnitttaste zu drücken. Ah, die Gegner sind so nervig. So, ähm, jetzt muss ich nur den verkackten Dick finden und ständig greife ich hier irgendeine an. So, jetzt aber. Wenn mich jetzt nochmal irgendeiner angreift, wenn ich so irgendwas will, das gibt's doch nicht hier. Epischöne gut, aber das bringt auch gerade gar nichts mehr, wo ich so einen hohen Level habe. So, sind wir doch schon gleich da. Und, und, und. Und, und, und wir werden gleich mal angegriffen von Tarantin. Äh, die können doch einen, ach verdammt, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich hab vergessen, Dinge in Spums zu kaufen. Gegengifte. Äh, so ein Kack. Äh, obwohl, halt, hab ich nicht inzwischen, ähm, Heilung Omega, das sollte es doch eigenes Gift, oder? Äh, Heilung Pi, nicht Omega. Ich sag ständig Omega, wieso auch immer, es heißt ja Pi. Pi. Wie, Pi, Pi, bloß nur ein Pi. Ja, oh, wieder solche Gegner. Ja, wie, schnell, aber super. Komm, stirb. Und, und dann attackiert. Tot. Ja, toll. Musste einstacheln. Und Gift. Das hatte keinen Effekt auf Lloyd. Es ist sicher ein bisschen wie auch Pokémon. Äh, wie bei Pokémon. Das hatte, äh, das ist super effektiv. Das hat keinen Effekt. Außer ähnlich. Och, Mann. Was soll denn das? Meine Fressen. Geht mir doch nicht mal einmal auf den... Und halt, ey, da hat nur einen Schaden gemacht. Dann wirst du dich eigentlich verteidigen. Ja, noch mehr. Alter, ich hasse euch. Ja, und es greift schon wieder. Gut, wehe, du vergiftest mich nochmal. Ja, ich weiß, es sollte eigentlich mit den Leuten immer dann... SMASH! Und dann... Hohohohohoho! Hohohoho! Und dann 150 und Level of the Ainer. Ich hab jetzt gar nicht auf die Epic geguckt. Naja, Weisheit 4, Stärke 2, Kraft 5, Max-Mag... Moment, PP um 4. Wow. Lloyd und Lloyd nochmal ein Leveler. Wow. Da hat er eine Inzitiative. Weisheit um 4, Stärke um 3, Kraft um 2, Max-Mag-Mag-P um 5. Naja, könnte besser sein. So, wir müssen jetzt erstmal hier einen beschissenen Kaktus suchen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Oder so einigermaßen, weil sie... Ah! Wie lange habe ich gebraucht, um erst in der Stelle und den Scheiß zu finden? Ja. Untersuchung. Etwas spricht in Nintens Verstand. Ähm. Achso, ich muss sehr schnell auf Telepathie. Der Kaktus sang. Aus irgendeinem Grund sang er. Er sang voller Emotionen weiter. Ninten lernte die Melodie. Ein Kaktus, der singt. Das hat man auch schon nicht mehr lange. Und was kommt jetzt zu Gegnern? Bio-Skorpion. Skorpion A. Skorpion B. Ja, danke auch. Ähm. Wie wäre es eigentlich, wenn ich mal hier Dingens einsetzen würde? Aber das macht auch nicht sonderlich viel. Ähm. Hab ich nicht irgendwas, was mehr bringt? Ja, das war wohl zu viel. Pipi, Picke, Strahl, Gamma. Ähm. Nimm einfach mal ein Ticketfeuer, auch wenn das ein Schwaches ist. Und warum will ich über die Psy ansetzen? Da ist keins. Ich werde mich jetzt keine... ...verbrauchen, aber dann nehmen wir einfach mal eine Bombe. Wir, du vergiffst es nicht. Warum hab ich schon ein Stück... Äna. Ja, und nochmal Äna. Ruck. Bam. 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 In der PKE Feuer Alpha. Bam. Und tschüss. Bam. Und tschüss. Hohoho. Alter, ey, der verreckt bald hier. Das gibt's doch nicht. Ich hatte sie nicht gelevelt, oder? Äh. So. Jetzt aber. Oh, es ist diese scheiße Oase. Ah, ficken. Es ist Starman. Ja, klar. Ähm. Was wir jetzt mal machen werden... Ähm. Ähm. Seashield Alpha auf Aina. Aina wird... Ähm. Dunkelheit, oder? Vielleicht... Damit er nicht trifft. Aber ich hoffe nicht, dass es wirken wird. Wirken wird. So. Es ist leider zumindest nicht. Ja, haha. Super. Danke auch. Äh. Und trifft es... Ja, Starman wurde geblendet. Sehr gut. Da 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 und du hast doch diese Schildzer Störren, ne? Wo ist es denn? Da unten Schildzer Störren aus Starman, bitte. Und Anna hat... Ja, ich hab oft die falschen... Ich dachte, Anna hat nur einen ganz anderen Pipi dabei, ich will das in 86. Äh, 26. Ja, was sehe ich halt, ich bin scheiße. So. Starman tot und ich wüsste es gut gefunden, bin ich ein Held. So, wo haben wir denn diese scheiße Orse jetzt bitte? Ach, Leute. Ich irre schon wieder durch die Wüste, weil ich nicht weiß, wo der Scheiß ist. Ich hab jetzt einen verkackten Kaktos gefunden, aber ich weiß nicht, wo die verkackte Oase ist. Und ich werd schon wieder angetrieben. So, Auto-Bälle ist doch was Feines. Na, ja, klar. Ich war's todes, Barbot. Na, super. Ähm, einfach ein Kampf nicht, ob die war nicht ganz so stark. Hehehe, gut. Die war nicht stark, aber die gegen... Ja, hab ich gerade richtig gelesen. Irgendeine Erfahrung. Ach, du Scheiße. Hier müsste ich aufleveln, aber das geht dann auch wieder... Hm. Hm. Nicht, hier löff ich nicht auf. Das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass mir die Leute wirklich... Ja, hm, ja, spielst du mir falsch? Hallo? Ich hasse die Wüste. Aber du musst nicht... Ach, mein ist wohl kein Witzing. Nein, nicht du Flucht. 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 Weg, 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 weg. Was? Einhalt... Hä? 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 Ja. Was hast du denn gelernt? Ähm... Das Block. Was hast du denn... Ah, PK Feuerbetter. Okay. Äh... Was zum... Ach so. Ich bin das Skelett eines Kamels. Soll ich dir ein paar Tipps für das Wandern in der Wüste geben? Ähm, ich mach erst als Zins dazu. Wie wär's denn damit? So, da sind wir wieder. Ja. Beweg deinen linken Fuß, bevor der rechte einsinkt. Beweg deinen rechten Fuß, bevor der linke einsinkt. Ich hab hundert Jahre gebraucht, um das herauszufinden, denn... Hä? Hä? Äh... Hä? Das hab ich grad schon gemerkt. Ähm... Na, wo ist denn diese Scheißroase? Ich hoffe doch vollkommen falsch. Jaaaaaaah... Komm. Och nein, auf euch habe ich auch keine Lust auf Rotom-Roboter. Äh... Die explodieren und dann aber noch Toast. Warbord mitten bei... Oh Gott. Wo sind die Kackoase? Hallo? Ach, hier ist sie doch. Geht doch. So, hab ich den genug in dem Tobi-Blast. Wir müssen jetzt... Äh... Tickets kaufen. Also ich hab... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Äh... Wie viel Flasen fasst du denn in dem Tobi denn? Äh... Ninten... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Neun also. Äh... Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Müsste reichen, theoretisch. Um mich hab ich genug Geld. Im Krieg hab ich Landmini in dieser Wüste vergraben. Ich dachte, ich hätte alle ausgegraben, aber eine kann ich irgendwie nicht finden. Sei besser vorsichtig da draußen. Ja, ich würd' ich gern nochmal... Oh, du möchtest mit meinem Flugzeug fliegen. Klar. Welchen Kurs willst du nehmen? Kurs A. Das kostet dann 15 Dollar für euch alle. Geh sicher, dass du die Tickets-Belege aufbewahrst. Seid mit zehn davon und du hast mit meinem Panzer fahren. Yeah, Panzer. Hahaha, du bist sicher froh, das zu hören. Dün, 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 dün. Oh, die Musik ist schon geil, aber... Ja, das ist ein Zeichen drauf, dass man mit dem Kaktus... Ne, Kaktus und unsorga, wir haben ja schon. Ähm, die Musiken machen wir mal, oh ja. Aber die Musik ist auch gar nicht gegen die, die gleich kommt. Und deswegen ist alles eine zusammengehörige Map. Ohne Ladezeiten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ohne Ladezeiten. Wie riesig die Welt ist. Das ist schon heftig. Ja, und da müssen wir auch noch hin. So, nächstes. Ja, ja, ja. Ja, ja. Cosby, 30 Dollar. Ja, ja. Sinn davon, bla, bla. So, Cosby.